Peter Mafia, 72, ist überglücklich mit seiner Lebensgefährtin. Seit 2015 geht er mit der Lehrerin Hendrikje Balsmeier, 35, durchs Leben. Drei Jahre später begrüßten sie dann sogar eine gemeinsame Tochter auf der Welt. Dem hohen Altersunterschied haben sie stets getrotzt und beweisen immer wieder, dass sie zueinander stehen. Aber sollen bei Peter und Hendrikje eigentlich auch mal die Hochzeitsglocken läuten? Das wurde der Sänger nun im Interview mit Bunte gefragt. Darauf hatte er eine simple Antwort. Wir sind eigentlich seit dem ersten Tag verheiratet. Uns war es von Beginn an klar, dass wir zusammengehören. Vor allem der Altersunterschied von 37 Jahren hat die Akzeptanz der Beziehung gerade am Anfang maßgeblich beeinträchtigt. Es gab immer mal wieder kritische Stimmen, die unsere Verbindung für unrealistisch oder unmöglich hielten. Aber das Alter spielt für uns keinerlei Rolle, weil wir wissen, dass wir die gleichen Ziele und Werte haben, erklärte das Bühnentalent. Und was sind die Ziele der beiden? Für uns ist wichtig, dass wir eine kleine Familie geworden sind. Auch mit meinem Sohn Jaris, der jetzt bei uns lebt, gab Peter zu verstehen. Der 18-Jährige stammt aus seiner vierten Ehe mit Ex-Frau Tanja Spengler. Der 18-Jährige stammt aus seiner vierten Ehe mit Ex-Frau Tanja Spengler.